Martin Bruch ist heute bei mir im Studio. Darüber freue ich mich natürlich ganz besonders und er stellt sein neues Buch vor, finanzieller Durchbruch, und wir werden uns darüber jetzt ein wenig unterhalten. Hallo. Hi Jens, danke, dass ich hier sein darf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Delta-Blog. Erweitere mit mir dein Wissen, Blicke hinter die Kulissen von Politik, Medien und Wirtschaft und begleite mich auf meinem Weg als Unternehmer. Und heute gibt es eine Premiere, und zwar eine Buchvorstellung mit Gast. Das mache ich zum ersten Mal. Finanzieller Durchbruch von Martin Bruch. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet dazu. Als erstes, wie kommt man dazu, dass man ein Buch schreibt? Was hatte ich denn da geritten? Ja, voll gute Frage. Also bei mir war es so, einmal haben Freunde mich darauf angesprochen, ob ich es nicht mal machen will, ein Buch zu schreiben. Und es war auch so, dass ich angefangen hatte eben, dadurch, dass immer wieder Leute auf mich zukamen mit dem Thema Finanzen, mit dem Thema Immobilien und mir Fragen gestellt haben, war quasi auch so die Überlegung, wie kann ich viele Leute schon mit den Basics quasi direkt erreichen und sogar schon in die Tiefe gehen, ohne dass ich jetzt tausende Gespräche gleichzeitig führen muss. Wir haben uns ja auf dem Cashflow-Abend mal kennengelernt vor einiger Zeit. Da wusste ich noch gar nicht, dass du ein Buch quasi in der Pipeline hast. Kannst du kurz was dazu sagen? Was ist ein Cashflow-Abend und wie bist du dazu gekommen? Voll gut. Also Cashflow wurde von Robert Kiyosaki entwickelt. Der ist so weltweit eigentlich der bekannteste Autor, wenn es um finanzielle Bildung geht und hat durch das Buch Rich Dad Poor Dad eben ein mega Kasselschlager gemacht und dadurch viele Menschen mit dem Thema erreicht. Und dadurch, dass sein leiblicher Vater aus dem Bildungssektor von Hawaii kommt und da extrem gut weiß, dass man zum Beispiel Sachen viel besser lernt, indem man sie tut, als wenn man sie nur hört oder liest. Und durch den Vater seines besten Freundes, der unternehmerisches Denken drauf hat, der wusste, wie man als Investor vorgeht, hat er quasi beides gekonnt und vereint in diesem Spiel, dass wir quasi das echte Leben simulieren, ohne dass Fehler gleich was kosten. Und man versucht eben die finanzielle Unabhängigkeit zu erlangen, sodass eben das Geld für dich arbeitet und nicht mehr du fürs Geld. Ich schreibe unten auch nochmal die Links dazu rein. Seht ihr dann über den Kommentaren in der Beschreibung vom Video. Wir werden auch noch ein paar andere Bücher behandeln nachher gleich. Nicht nur dein finanzieller Durchbruch. Du hast ja einen relativ spannenden Lebenslauf hinter dir. Ich habe mich mal ein bisschen erkundigt. Du hast Zivildienst gemacht, Physikstudium an der Elite-Uni, bist jetzt Gymnasiallehrer, Musiker, Schlagzeuglehrer und machst jetzt auch noch ein bisschen Finanzen, Coach, Leute. Das ist eine ganze Menge. Was macht dir am meisten Spaß und wie bist du eigentlich zu den Finanzen gekommen, dass du da Leute eigentlich unterrichtest darüber? Voll gut. Also ich denke, meine größte Stärke und gleichzeitig Schwäche ist vermutlich, dass ich viele Sachen kann, aber jetzt nicht so der Experte bin, der eine Sache crazy gut kann. Also ich bin jetzt eher nicht so der Spezialeinheit-Typ, der halt nur mit dem Zielfernrohr schießt oder sowas. Ich wäre eher der Typ, den man irgendwo abwirft, der irgendwie überlebt. Ja, so der MacGyver-Typ. Von dem her, das ist gleichzeitig auch meine Schwäche, weil es schwierig ist, sich immer zu fokussieren auf eine Sache. Und meine Frau und ich haben so einen Prozess gehabt, wo wir überlegt haben, hey, was sind eigentlich wirklich die Sachen, wenn man es runterbricht, die wir wirklich gut können, wirklich, wirklich gut können. Und wir kamen auf drei Dinge. Es ist eben die Finanzen, das Thema Beziehungen, weil wir eben auch Beziehungscoaching machen und das Thema Musik, weil sie uns beide vereint. Und dann lag irgendwie die Idee nahe, ja, das auch irgendwie offiziell zu machen, ja, und vielleicht auch beruflich umzusetzen. Und dadurch, dass eh immer Leute uns angesprochen haben, hey, wie macht ihr das? Wie seid ihr so schnell zu so vielen Immobilien gekommen? Wie habt ihr das geschafft, dass die Bank das so toll finanziert? Haben wir dann gesagt, hey, dann machen wir es doch ganz offiziell und coachen Leute dann direkt. Du bist ja auch Lehrer am Gymnasium. Jetzt sieht der Lehrplan hier nicht so vor, dass man auch über finanzielle Bildung spricht, ja, zum Beispiel, oder über Selbstständigkeit generell. Cashflow, finanzielle Freiheit, Lohnsteuererklärung. Wie kommst du damit klar, dass den Schülern sowas nicht beigebracht wird? Jetzt wäre Antworten drauf. Also das eine ist, dass ich schon vor ein paar Jahren auch angefangen habe, bewusst auch Projekte zu machen. Mit einem Freund, mit dem Dieter Konrad zum Beispiel, sind wir in Schulen gegangen und haben zum Beispiel Cashflow gespielt, haben kleine Inputs gegeben und waren insofern aktiv. Ich habe auch in der Grauzone manchmal, pst, nicht weiter erzählen, nach dem Abitur mit den Schülern manchmal so einfach gefragt, was sie Lust haben. Da haben wir manchmal eben auch Beziehungscoaching gemacht. Manchmal haben wir eben darüber gesprochen, hey, wie schaffe ich es, einen positiven Cashflow aufzubauen, passives Einkommen zu generieren, wie überlebe ich an der Uni? Und da haben wir was gemacht. Und ich habe jetzt auch im Oktober die Ehre an der Uni Konstanz mit einer Person, die da eben forscht, genau in diesem Bereich finanzielle Bildung und dieses spielerische Lernen, ähnlich wie es Robert Kiyosaki auch macht, zusammen ein Seminar zu machen, wo mehrere Schulen da sein werden. Und wer weiß, vielleicht tut sich was. Also der neue Bildungsplan sieht ein bisschen was vor im Fachwirtschaft, das in die Richtung geht, von dem, was ich mir auch wünschen würde. Ja, das wünsche ich mir natürlich auch. Ich sehe das auch bei meinen Kindern, die muss ich in dem Bereich schulen dort. Das geht eigentlich nicht. Wie kommt das an bei deinen Schülern? Gibt es da Interesse oder ist es einfach für die noch zu theoretisch? Es ist unterschiedlich. Es ist ja, glaube ich, bei Erwachsenen auch nicht anders. Ja, es gibt die Leute, die sagen, ja, das ist voll mein Ding. Ich habe es eigentlich verstanden, dass ich nicht nur mein ganzes Leben für Geld arbeiten möchte, sondern lieber möchte, dass das Geld für mich arbeitet und dass ich Zeit und Energie habe für die Sachen, die mir wirklich wichtig sind. Und es gibt auch die anderen, die sind so in ihrem Ding drin, schaffe, schaffe, Häuslebau oder wie auch immer, dass sie das einfach gar nicht drauf kommen, das überhaupt anders zu denken oder es für sie unbequem wäre, das anders zu denken und die wollen dann das nicht unbedingt sich damit auseinandersetzen. Ja, da fehlt der finanzielle, Durchbruch-Titel auch von deinem Buch. Was meinst du mit finanzieller Durchbruch? Was soll dort gemacht werden? Also Durchbruch an sich vielleicht mal, ich persönlich bin völlig überzeugt, dass es Durchbrüche gibt im Leben, dass das Leben nicht so linear verläuft, sondern dass es immer mal wieder gewisse Durchbrüche gibt oder Sprünge, wo man einfach ins nächste Level kommt und es ist manchmal eine kleine Sache, die einen riesen Unterschied machen kann. Und bei mir ist das schon oft passiert im Leben, zum Beispiel über Freunde, dass du lernst die richtigen Leute kennen und es macht einfach einen Klick, man klickt miteinander, kommt auf neue Ideen, probiert neue Sachen aus, wo ich zum Glauben kam, zum Beispiel war auch so ein Ding, wo ich gerade selber eigentlich so eher in einer Identitätskrise war, mich selber gar nicht leiden mochte. Und auf einmal hörst du so, okay, der, der das ganze Universum designt hat, liebt dich, obwohl er dich kennt und weiß, wie du drauf bist. Im Sport in Allmöchen und bei den Finanzen war es auch so, dass ich so einen Aha-Moment hatte, wo ich gemerkt habe, okay, du musst jetzt einfach da noch ein nächstes Level reinpacken und angefangen habe, mich eben zum Thema passives Einkommen, Vermögensaufbau und so weiter zu informieren. Von dem her glaube ich, dass da viele Dinge sind, je nachdem individuell, wo jeder Einzelne steht, wird das eine oder das andere Kapitel genauso in Durchbruch bringen können, wie es auch bei mir im Leben der Fall war. Und ist natürlich ein Wortspiel mit meinem Namen. Martin Buch, finanzieller Durchbruch. In dem Buch schreibst du auch viel über die Emotionen. Was hat das mit Finanzen zu tun? Das ist ja eher unüblich. Eigentlich soll man die Emotionen ja eher abschalten und rein nach Zahlen gehen. Wieso war das Sinn für dich? Also ich denke so, einmal aufgrund von meinem Glauben, andererseits auch von meiner Idee, von wie ich Bildung verstehe und den Menschen verstehe, denke ich halt, wir sind ja mehr als nur der Kopf. Wir sind auch das und ich bin ein sehr rationaler Mensch, würde ich jetzt mal sagen, der die Sachen immer logisch verstehen möchte und durchdenken möchte. Auf der anderen Seite sind wir eben auch ein emotionales Wesen, ein soziales Wesen und in diesem ganzen Kontext geschieht das Leben. Und einmal war es so, dass ich selber halt sehr viel Interesse daran hatte, da noch mehr nachzuforschen, weil es gibt ja diese Realität einfach, dass man hat seine Comfortzone, wie man ja oft sagt, ist der Bereich im Leben, in dem ich mich wohlfühle, relaxed bin, meinen Netflix schaue oder mit einem Freund grillen bin. Und da gibt es die Träume und die liegen normalerweise ja außerhalb von dieser Zone. Und da muss man ja manchmal ein bisschen in den Schmerz gehen oder halt irgendwelche Ängste überwinden, Sorgen auf die Seite werfen, um überhaupt dahin zu kommen, weil es Schwierigkeiten gibt auf dem Weg dahin oder Herausforderungen. Und von dem her fand ich es schon immer interessant, eben sich mit dem Thema überhaupt auseinanderzusetzen. Was sind denn Emotionen, die mir helfen auf diesem Weg? Was sind Emotionen, die mich eher ausbremsen? Und wie kann ich selber Kontrolle übernehmen in meinem Leben, um es in die richtige Richtung zu bringen? Und auch vielleicht, weil ich dachte, ich will jetzt nicht noch einen weiteren Finanzrahmen, Satgeber schreiben, der einfach nur trockene Sachen wiedergibt, sondern was, was wirklich mich auch selber bewegt. Zwischenmenschlich sind Emotionen ja wahrscheinlich auch wichtig. Also wenn man mit Personen irgendwelche Verträge macht oder mit denen zusammenarbeitet, da schreibst du auch in deinem Buch über Win-Win-Situationen. Ja. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung Leben und Leben lassen, also wenn man zusammenarbeitet. Wie sehen bei dir konkret Win-Win-Situationen aus? Ist gut. Also ich würde es vielleicht mal ein Beispiel Immobilienprinzipiell als Investor sein. Da ist es so, ich habe da einen Verkäufer, der möchte aus irgendeinem Grund eine Immobilie verkaufen oder hat sie vielleicht auch gerade gebaut und der hat Interesse daran, jetzt einfach Geld zu bekommen. Und ich habe vielleicht Interesse daran, genau diese Wohnung zu haben und sie zu vermieten an irgendjemand. Da können wir schon mal uns entgegenkommen, dann überlege ich auch, hm, möchte ich überhaupt so viel Kapital einsetzen oder habe ich überhaupt so viel Kapital? Ich meine, das ist ein großes Mehrfamilienhaus ist und dann gehe ich zur Bank. Die Bank hätte gern jemanden als Kunden, der regelmäßig ihnen was zahlt. Das heißt, die wollen irgendwie ihren Kredit oder ihr Darlehen machen. Ich wiederum will das Geld der Bank, damit ich einen maximalen Hebeleffekt nutzen kann und nicht mein Geld für mich arbeite, sondern eigentlich das Geld der Bank und das Geld des Mieters. Und dann gibt es eben den Mieter wiederum, der nach Wohnraum sucht, genauso wie die Regierung dringend nach Wohnraum sucht. Und wenn ich da eben ein fairer Vermieter bin und sage, hey, ich bleibe vielleicht sogar ein bisschen unter diesem Niveau, was gerade man verlangen könnte an Miete und suche den Dialog mit dem Mieter, dann habe ich auch einen Happy Mieter, der froh ist, dass er eine gescheite, schöne Wohnung hat an einem Top-Standort, die er selber bezahlen kann. Und so gewinnt die Bank, der Verkäufer gewinnt, der Mieter gewinnt. Und wenn ich dann sogar noch Leute coache darin, ist es eigentlich fast das gleiche Szenario, nur dass ich noch einer anderen Person helfen kann, selber an die Immobilie ranzukommen und da mache ich zum Beispiel auch so, dass ich jetzt nicht wie ein klassischer Makler oder so auf Verkäufer- und Käuferseite halt das maximale Versuch rauszuziehen, sondern ich eher sage, ich gebe das lieber an den Kunden weiter, was ich diesen Preis, den man dann eher besser darstellen kann dadurch und der Kunde ist dadurch happy und sagt vielleicht auch, hey, ich möchte vielleicht mal wieder mit dir Geschäfte machen oder empfehle es anderen Leuten weiter. Ja. In einem Kapitel gehst du ja auch, hast du eine Checkliste gemacht und da gehst du auch darauf ein, wenn jetzt zum Beispiel einer im Schuldensumpf ist oder wenn er jetzt gerade eine schwarze Null schreibt, das heißt, er nimmt genauso viel ein Gehalt, wie er ausgibt oder jemand, der auch schon ein bisschen Vermögen aufgebaut hat und jetzt starten möchte mit investieren. Was empfiehlst du Leuten, die jetzt wirklich eine Menge Schulden haben und zwar schlechte Schulden, müssen wir auch mal kurz darauf eingehen, was sind gute Schulden, was sind schlechte Schulden vielleicht erstmal und was empfiehlst du so Leuten, die jetzt starten wollen, einzusteigen für die finanzielle Freiheit? Voll gut. Also erstmal gute Schulden, schlechte Schulden. Kurz definiert könnte man sagen, schlechte Schulden sind eben Schulden, die Geld aus deiner Tasche ziehen ständig. Das können eben Konsumkredite sein, ich wollte dieses tollste Schlagzeug und habe auch das Geld nicht, also hole ich mir das Geld von der Bank, irgendwie so ohne Schufa-Auskunft und was weiß ich, wo es immer Werbung für gibt. Ein Auto vielleicht, was ich eben entweder lease vielleicht sogar, was so ein bisschen Mischform ist, kann sich für ein Business vielleicht lohnen, auch für eine Privatperson wieder eher nicht oder eben das Auto auf Kredit kaufe. Also gibt es ganz viele Möglichkeiten. Das Entscheidende ist, dass diese negativen Schulden quasi monatlich mich was kosten egal, ob ich überhaupt Geld auf dem Konto habe oder nicht. Während positive Schulden halt die Idee haben, ich nehme Geld auch bei einer Bank, um das zu investieren in eine Sache, die wiederum Finanzen generiert. Da ist der Klassiker eben, wären es die Immobilien zum Beispiel, dass ich ja durch die Miete, die reinkommt, durch den Steuervorteil, den mir der Staat schenkt, denn relativ schnell es schaffen kann, in einen positiven Cashflow zu kommen, sodass im Prinzip monatlich Geld auf meinem Konto landet, weil ich Schulden aufgenommen habe bei der Bank. Das wäre ein Klassiker. Man kann auch darüber reden, dass zum Beispiel sowas wie BAföG oder eben Studienkredite sowas wie positive Schulden sind, die mit viel Zeitverzögerung zwar, aber langfristig dir natürlich mehr Einkommen generieren, dadurch, dass du eine gute Bildung genossen hast. Wie viel Zeit verwendest du in finanzielle Bildung pro Woche? Musst du dich noch weiterbilden? Ist das ein konstantes Lernen? Und wie oft machst du das pro Woche? Also ich bin ein Fan von Lernen. Vielleicht bin ich deswegen auch Lehrer geworden, abgesehen davon, dass ich es liebe, mit Menschen direkt zu tun zu haben, gerade mit jungen Leuten. Und früher war es noch relativ übersichtlich, da ich zum Beispiel immer auf dem Weg zur Arbeit im Zug irgendwie mir ein Buch vorgenommen oder ein Audiobook drin gehabt beim Joggen oder wenn ich die Küche aufgeräumt habe, das Audiobook angehabt. Da war es noch übersichtlicher. Jetzt ist es so, dass ich schon auch immer konstant gerade an was lesen bin vielleicht oder gerade diese Woche war ich wieder auf einem Finanzseminar, wo ich mich auch weitergebildet habe. Aber es ist auch so, dass dieses Lernen jetzt viel praktischer geworden ist, sage ich mal. Das ist Learning by Doing, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt eben Leute in ihren Finanzen coache oder eine Immobilie für sie an einem Ballungsstandort deutschlandweit irgendwo raussuche, dass ich dann selber halt total mich reinlehne und Sachen lerne. Ich weiß noch, wo ich das erste Mal Leipzig zum Beispiel entdeckt habe als Top-Standort und mich da reingearbeitet habe, mir Leipzig angeschaut habe und völlig begeistert war von dem Ding und nachher gesagt habe, hey, wir müssen unbedingt auch in Leipzig was kaufen, worauf wir dann eben auch da ein Haus gekauft haben. Und von dem her lässt es sich jetzt gar nicht mehr so klar in Zahlen fassen. Ich würde sagen, am Anfang war es vielleicht so eine Stunde pro Tag durch das Pendeln und eben wenn die Küche aufgeräumt wird und so. Und mittlerweile kann ich es gar nicht sagen in Zahlen. Ja, okay. Ich habe gesehen, du hast auch ein paar Bücher mitgebracht. Also neben deinem Buch und meinem YouTube-Kanal kann man sich natürlich noch anders finanziell informieren. Kannst du dir mal vorstellen, so was das ist? Also ich habe hier einmal den Cashflow-Quadrant von Robert Kiyosaki. Er ist eher bekannt hauptsächlich für Rich Dad Poor Dad. Das habe ich aber nur als Audiobook, deswegen haben wir hier heute das dabei. Von Robert Kiyosaki kann ich eigentlich alles empfehlen. Nur würde ich sagen, die Sache mit, als auch großer Fan von Network-Marketing, das bin ich jetzt nicht so arg. Vielleicht geht es anderen anders damit, aber da bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und es ist natürlich für einen amerikanischen Markt geschrieben, der mehr Volatilität hat, auch auf dem Immobiliensektor und ein bisschen riskanter ist. Das heißt, er redet oft davon, dass man schon sofort einen positiven Cashflow hat und gleichzeitig einen maximalen Hebeleffekt nutzt, also das Geld der Bank. Das ist in Deutschland schwierig möglich, sage ich mal. Da ist es oft so, dass man die ersten paar Jahre noch ein bisschen was einspart in die Immobilie und dann Break-Even kommt und dann in den positiven Cashflow kommt. Das habe ich auch gelesen, kann ich absolut recht geben, aber auf jeden Fall ein guter Einstieg, wenn man das ein bisschen mit dem Verständnis von Deutschland dann übersetzt, passt das auch schon. Voll gut. Mein erstes Buch wurde mir zum 30. Geburtstag geschenkt, hier, True Riches von Jeff Lest. Das ist ein Hammer-Typ, eine krasse Story, wo er auch übrigens eben das Ganze ein bisschen holistischer anschaut. Also nicht nur geht es um Finanzen, sondern wie es ja auf der Titel schon sagt, True Riches, da geht es um Health, Spiritual, Relationships. Also er sieht so den Menschen eher ganzheitlich und allein schon die Story von ihm zu lesen hat mich mega beeindruckt und es war das erste Mal, dass ich von dem Begriff passiven Einkommen eben überhaupt gehört habe. Liest du die Bücher in Englisch oder in Deutsch? Was bevorzugst du? Je nachdem, was gerade günstiger ist. Ich bin recht fit in Englisch und von dem her passt es eigentlich ganz gut. Manchmal finde ich auch, dass bei der Übersetzung ein bisschen was verloren geht oder so und dann lese ich es manchmal auch gerne im Original. Das ist bei mir genauso. Meistens Englisch, dann kann ich Englisch noch ein bisschen verbessern und manchmal man gewöhnt sich auch an gewisse Wörter. Also von dem her, das war auf Englisch. Aber die gibt es alle auch auf Deutsch. Also ich schreibe nachher die Bücher unten nochmal rein, dann könnt ihr euch das selber mal anschauen. Hier haben wir The 4-Hour-Workweek von Timothy Ferris. Auch ein Hammer-Tipp. Das war so für das Thema Effizienz, glaube ich, so ein Durchbruch für mich, wenn wir es von Durchbrüchen haben. Wo er viel erklärt, das Pareto-Prinzip, wo er erklärt, wie er Sachen strukturiert, wie er die voranbringt, wie er bewusst sein Hobby zur Arbeit macht. Das finde ich ein Hammer-Buch dazu. Mein Mentor, Dieter Konrad, hat ein hammer gutes Buch geschrieben über das Thema auch vor allem geht es um Großzügigkeit. Sieben Stufen zu außergewöhnlichen Umgang mit deinen Finanzen. Kann ich sehr empfehlen. War auch eins meiner ersten Bücher. Für mich ist die Bibel auch ein Ding. Okay. Falls du bis zum Epilog noch weitergegangen bist, als das offizielle Ende des Buches, da schreibe ich ein bisschen drüber und das Buch ist hammerkrass voll. Nicht nur eben für Beziehungssachen, was wir auch am Herzen liegt und Musik übrigens, sondern eben auch viel zum Thema Finanzen zu sagen. Gerechtigkeit, Großzügigkeit, all die Dinge, die ich glaube, die Win-Win-Situation, was man langfristig braucht, um erfolgreich zu sein mit dem ganzen Ding und auch, dass sich nicht alles nur ums Geld dreht. Ja, also das habe ich auch gesehen in deinem Buch. Es ist ja eher unüblich, dass man auch die Bibel oder ein paar Verse mit in einem finanziellen Buch liest. Bist du anders, ne? Wie kommt das? Also ich würde mal behaupten, fast alles, was ich so gelernt habe, habe ich hauptsächlich, also was mich wirklich voranbringt und die meisten meiner Durchbrüche würde ich jetzt mal auf meine Beziehung mit Gott und auf die Kirche zurückbeziehen, weil ich da eben diesen Selbstwert überhaupt erst mal gelernt habe, das zu glauben, dass man jemand ist, der was bewegen kann. Gelernt habe, dass ich mein Leben im Griff haben kann und nicht so dieses Opferdenken, sondern oh, die Regierung und alles, sondern die Umstände oder sowas, sondern dass ich selber mein Leben in die Hand nehmen kann. Ganz viele krasse Freundschaften, die entstanden sind, wo ich eben Leute in Top-Positionen, sage ich mal, in jedem Bereich, sei es jetzt, seien es jetzt eben Künste, sei es Musik, sei es Finanzen, kennenlernen durfte und direkt von ihnen lernen durfte. Von dem her ist das schon ein Riesenschlüssel, sage ich mal. Ich habe es im Buch aber ja sehr dosiert gemacht, in das letzte Kapitel, der Epilog, der zitiert direkt eben viel aus der Bibel, da haben wir so ein paar Verse, wo im Prinzip für mich alles zusammengefasst ist, was man so wissen müsste über Finanzen. Einfach eine kurze Zusammenfassung, ja, sonst habe ich es eher, dass Leute, die jetzt damit vielleicht nichts am Hut haben, das trotzdem gerne in die Hand nehmen und gerne durchlesen. Also für alle geschrieben. Genau, ja. Nicht zu viel. Okay, eins hast du noch, oder? Ah ja, das hier würde ich auch ein bisschen in die Richtung geben, das ist so ein, von Robert Morris, ein Buch, auf Deutsch, ein Leben voller Segen, auf Englisch heißt, würde ich gerade überlegen, The Blessed Life, wo es um die Gabe des Gebens geht. Das finde ich ein hammer cooles Buch. Man spricht ja auch, dass man Gaben und Talente hat oder sowas und die einen sagen, ja gut, ich kann jetzt gut zeichnen oder so und Comics zeichnen und er spricht über die Gabe des Gebens. Ich spreche viel vom Thema Großzügigkeit ja auch in meinem Buch und ich durfte sehr viel von ihm darüber lernen, dadurch, dass ich ihn hören durfte oder auch eben von dem Buch. Das ist, würde ich sagen, auch eines der besten Bücher über Finanzen, was ich gelesen habe. Ja, stimmt. Das ist auch ein großes Thema von dir, dass man auch, auch wenn man wenig Geld hat, spenden sollte. Das klingt jetzt für mich erstmal widersinnig, wie so, wenn ich gerade versuche, mir etwas anzusparen, wieso soll ich mein Geld einfach weggeben und zumindest einen Teil und spenden. Und das ist nicht nur der Zehnt oder die Kirchensteuer, sondern richtig an irgendwelche Einrichtungen oder sonstige bedürftige Personen. Wie macht das Sinn für dich? Also, können wir von verschiedenen Aspekten betrachten. Einmal, wenn wir zum Beispiel hier den kleinen Baum, oder was ist das für eine Platze? Da fragst du mich was. Grün. Das Grünzeug hier anschauen. Und wenn man dieses Gedankenexperiment mal durchzieht, was nimmt so ein Baum eigentlich alles und was gibt er alles? Wer hat die relativ schnell auf die Liste kommen, dass er eigentlich nicht allzu viel nimmt. Er nimmt das CO2, was sowieso keiner haben will. Er nimmt ein bisschen Wasser aus der Erde, ein paar Nährstoffe und Sonnenlicht. That's it. Und was er gibt, ist ziemlich viel. Er gibt den Sauerstoff, den wir brauchen. Er gibt Schatten für Tiere. Er gibt Früchte. Er gibt Honig für die Bienen. Brennholz, das sich opfert. Ein Wohnort für viele Tiere, die da drin nisten können und so weiter. Man könnte die Liste endlos weiterführen. Und ich glaube, dass in der Natur schon so ein Prinzip ist von Großzügigkeit im Prinzip, dass irgendwie auf dem Geben mehr Segen liegt als auf dem Nehmen nur. Es braucht beides natürlich, aber das Geben hat so ein besonderes Gewicht, würde ich mal sagen. Und ich glaube, es ist auch ein Prinzip von Saat und Ernte. Also wenn ich jetzt ein Bauer bin und ich möchte irgendwie mein Weizenfeld ernten im Herbst, dann muss ich ja irgendwie im Frühjahr mal hingehen und da auch Weizen säen. Wenn ich gar nichts säe, dann weiß ich ziemlich hundertprozentig, dass ich auch nichts ernten werde. Wenn ich säe, weiß ich nicht, wie viel ich ernten werde. Ich weiß nicht, wie gut die Ernte in dem Jahr wird, wie gut meine Saatqualität war, wie das Jahr verlaufen wird. Aber ich weiß ganz sicher, dass ich irgendwas ernten werde. Und so glaube ich eben auch, dass Großzügigkeit was ist, was früher oder später auf einem zurückfällt. Es gibt zumindest auch, das hat es jetzt auch nicht in Printversion, sondern nur als Audiobook, Happy Money, The Science of Smarter Spending von Norton und Dunn, ist ein Hammerbuch, was studiert hat, wie man beim Geld ausgeben sich glücklich machen kann, was jetzt erstmal wieder sinnig denkt, wenn man sagt, immer Geld macht nicht glücklich. Aber eben der Umgang mit Geld kann das sehr wohl tun. Und da ist eben auch Großzügigkeit ein mega Ding, wo sie sagen, selbst abgesehen von dem, dass man glaubt, dass es vielleicht eben finanziell auch wieder was zurückkommt, ist allein, was es emotional mit einem macht, einen riesen Unterschied, wenn man großzügig sein kann. Ein Kapitel gibt es ja auch in deinem Buch über, dass man einen Plan haben soll, dass man eine Strategie haben soll. Hast du eine Strategie zur Zeit für dein Leben? Wie sieht die aus? Für das Leben oder für die Finanzen? Ja, gehen wir nicht so sehr ins Detail, zu privat, aber sagen wir mal Finanzen. Hast du dir da wirklich auch selber einen Plan gemacht? Wie sieht es in einem Jahr aus? Mittelfristig, langfristig? Ich habe auch mal ein Video gedreht, nennt sich das Millionärs-How-To, schreibe ich unten auch noch mal rein. Da beschreibe ich auch noch mal, wie wichtig es ist, dass man sich so Pläne zurechtlegt, die auch regelmäßig nachschleift und überprüft, um dann irgendwann auch das richtige Mindset zu haben, um dann auch vielleicht mal zum Millionär zu werden. Aber nochmal zurück, wie würde dein Plan jetzt aussehen für nächstes Jahr? Wo willst du dich sehen? Vielleicht ganz kurz noch zum Plan im Prinzip. Ich wusste immer, kennst du Jagd auf Roter Oktober? Ja. Den Film? Das war auch ein Film, den ich Hammer fand übrigens. Und da gibt es diesen einen Satz, wo sie sagen, der durchschnittliche Ruski geht nicht mal ohne einen Plan auf die Toilette. Ja, genau. Und da muss ich manchmal an mich denken, wenn ich das anschaue. Ich finde es der Hammer und liebe das Prinzip ja, für alles einen Plan zu haben oder eine Strategie. Auch wenn es nicht vielleicht on the go manchmal noch nachgebessert wird oder geändert wird, weil ein fahrendes Auto kann man lenken, aber ein stehendes Auto halt nicht. Von dem her, beim Finanzen speziell ist es so, dass wir im Moment eine sehr einfache Strategie fahren als Familiebruch und sagen einfach, wir wollen jedes Jahr mindestens eine neue Immobilie kaufen. Wow. Das waren halt... Eine Menge, ne? Eigentlich. Ja, da baut sich ganz schön was auf. Und am Anfang waren das eben halt Eigentumswohnungen. Mittlerweile sind wir jetzt zu Mehrfamilienhäusern übergegangen und da baut sich natürlich richtig was auf mit der Zeit und wenn man eben das Prinzip verstanden hat, wie es funktioniert und da drin ist, ist es gar nicht so schwer, sage ich mal, es durchzuziehen und lohnt sich bisher sehr gut. Okay, ja. Also das ist ein interessantes Ziel, ja. Da muss natürlich auch das Einkommen stimmen, was natürlich sich potenziert, je mehr Vermögenswerte du auch hast. Wobei ich da vielleicht, wenn ich da kurz einhaken kann, also wenn es gerade ums Eigenkapital jetzt geht, was man da einbringen muss in Immobilie, also ich habe auch schon Sachen vermittelt, wo man halt, sage ich mal, um die 5.000 oder eben unter 7.000 oder sowas schon was kaufen kann. Also ich glaube schon, dass es für viele Leute möglich ist, da auch was zu machen und zu platzieren. Und man muss jetzt nicht gleich schon reich sein, um reich zu werden, sondern man muss sich halt in die Position bringen, quasi ein bisschen Geld auf der Seite zu haben. Du hast ja nicht nur das Buch beschrieben, sondern bist auch Finanzcoach eigentlich. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt gerade anfangen, sich mit dem Thema finanzielle Bildung zu beschäftigen? Das mal die Bildung an sich. Okay. Weil ich finde, also ich glaube beides. Einerseits sollte man erst mal wissen, was man tut, bevor man es tut und andererseits sollen wir eben auch on the go lernen, learning by doing. Aber wir wollen jetzt nicht alle Fehler machen, die andere schon mal gemacht haben. Das heißt, es ist schon gut, so eine gewisse Vorlaufzeit zu haben und sich eben zum Beispiel ein paar gute Bücher zu schnappen, einen guten YouTube-Channel zu abonnieren und zu sagen, hey, hier hole ich mir jetzt erst mal dieses Wissen und wenn ich sage, okay, jetzt habe ich es verstanden, soweit, dass ich mich traue, diesen ersten Schritt zu machen, dann schaue ich, was ist mein erster oder mein nächster Schritt, den ich machen kann. Und da habe ich eben das vorher schon bis drauf eingegangen, zum Beispiel für so drei verschiedene Szenarien in meinem Buch mal vorgestellt, wie dieser nächste Schritt konkret aussehen kann und eben auch, wie man vielleicht seine Strategie überhaupt finden kann. Von dem her kann ich es jetzt schlecht pauschal sagen, kommt es sich darauf an, bin ich jetzt in Schulden, habe ich zwar einen regelmäßigen Verdienst, aber der ist nicht so hoch, wie schaffe ich es, mein Einkommen zu erhöhen oder meine Ausgaben zu minimieren. Dann gibt es vielleicht die Leute, die sich schon voll in der Position sind und für die genau der nächste Schritt ist, einfach sich eine Immobilie zu kaufen oder anderweitig zu investieren. Von daher kann ich es nicht ganz pauschal sagen, aber ich würde ganz sicher sagen, erster Schritt Bildung, das kriegt man glaube ich hin. Zweiter Schritt loslegen mit dem, was man verstanden hat und eine Strategie eben dabei entwickeln und dann immer einen Schritt nach dem anderen gehen. Und oftmals unterschätzt man ja, was man so in einem Jahr oder in fünf Jahren dann auch alles so hinkriegt. Man überschätzt oft, was man einen Tag schafft, aber unterschätzt, was im Laufe von einem Jahr so alles möglich ist. Ja, auf jeden Fall. Ich habe als nächstes noch ein paar Fragen vorbereitet, sozusagen Schnellschuss-Quiz-Fragen. Also ich fange im Satz an und du beendest ihn einfach oder sagst was kurz dazu. Finanzielle Freiheit ist eine schicke Sache, die sich lohnt, darüber nachzudenken. Reich ist man, wenn man mindestens eine Sache hat, die man sich nicht mit Geld kaufen kann. Und arm ist man, wenn man keine Freunde hat. Arbeit ist eine ganz coole Sache, wenn man es schafft, was zu haben, was Spaß macht und erfüllt. Freiheit ist eines der wichtigsten Grundsätze, die wir brauchen als Menschen und glaube ich, immer verknüpft mit Disziplin, damit ich diese Freiheit auch nutzen kann. Okay. Ein langer Satz. Lotto ist Quatsch. Win-win ist das Beste, was man machen kann, wenn man Geschäfte machen will und gute Beziehungen bauen will. Okay. Bildung ist absolute Grundlage für alles, was man bewegen möchte in der Welt. Früher Vogel fängt den Wurm. Glaube ich absolut dran, wenn ich dran denke, was ich, oh es sind zwei Sätze, darf ich? Ja klar, natürlich. Wenn ich manchmal dran denke, was ich schon alles erledigt habe, quasi am Morgen, bevor andere Leute, Kollegen von mir überhaupt aufstehen und den ersten Fuß auf den Boden setzen, das finde ich schon immer cool und da ist Ruhe, kein Telefon klingelt und man kann es richtig sich austoben. Okay. Ja. Gerald Hörhan ist ein cooler Typ, wählt vielleicht manchmal andere Worte, als ich es würde, aber seine Botschaft ist der Hammer. In fünf Jahren habe ich mehr Fehler gemacht, mehr dazugelernt, eine größere Weisheit gewonnen. Und in zehn? Noch mehr Fehler gemacht, noch mehr dazugelernt und noch mehr Weisheit gewonnen. Und ein Buch schreiben ist viel mehr Spaß, als ich gedacht habe. Okay. Ja, cool. Ja, das war auch schon der Abschluss. Ich danke dir ganz herzlich, Martin. War mir eine Ehre. Ja. Finanzieller Durchbruch von Martin Bruch. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über finanzielle Bildung, dann gerne meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr unten noch heftig diskutiert, also noch ein paar Kommentare reinschreibt. Der Martin hat sicherlich auch die Möglichkeit, dann das auch selber noch zu kommentieren, wenn du möchtest. Gebt ein Like oder ein Dislike oder was weiß ich, was ihr wollt. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und danke dir, Martin, nochmal. Und bis dann. Sehr gerne. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020